So, guten Morgen. Heute haben wir, was haben wir heute? Sonntag. Wir sind gerade auf dem Weg nach Blumenfontein zum Achtelfinale, zum Klassiker gegen die Inselaffen. Wir hängen ein bisschen, sprichwörtlich, ein bisschen in den Seilen. Nachdem wir gestern beim Spiel Ghana gegen die USA waren, beim Achtelfinalspiel in Rustenburg und die auch noch in die Verlängerung gingen und wir demzufolge erst um zwei in unserer Unterkunft waren und morgen und nach nur drei Stunden Schlaf wir aufgestanden sind, um den fast 500 Kilometer langen Weg von Pretoria nach Blumenfontein auf uns zu nehmen. Aber hoffentlich werden wir dafür belohnt und schauen. Ladies and gentlemen, welcome to 15th Stadium for today's match. Let's welcome Germany and England. Ladies and gentlemen, please stand for the National Anthem of Germany. Ihr freibt wieder hier, freibt wieder gut. Ihr Arsch geeignet. Wir sind gerade auf dem Weg nach Blumenfontein zum Achtelfinale, zum Achtelfinale, zum Achtelfinale, zum Achtelfinale, zum Achtelfinale. Und jetzt, der National Anthem of England. Wir sind gerade auf dem Weg nach Blumenfontein zum Achtelfinale, zum Achtelfinale, zum Achtelfinale, zum Achtelfinale, zum Achtelfinale, zum Achtelfinale, zum Achtelfinale. Ja, das ist gerade auf dem Weg nach Blumenfontein. . Applaus Oh! Der Sachs hat die anderen einen Ball und James hat das so einfach gemacht. So, so easy. Gerrard in, in now! Hubsen! 2-1! England's Hubser alarm again! Schatz was gone with it. Look at this for a Germany prank. The charge is off with Schweinsteiger. Erzil through the middle. The man over his corner. He's got plenty of time! And he smashed it! Yeah! Woo! 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 It's a race on between Barry and Ursula. Ursula has eaten on the ground on Gareth Barry. Again one. He's over in acres of space. And Ursula's found him and Maura has sealed it! Germany! You just keep me hanging on You just keep me hanging on